Hi und herzlich willkommen zu den Nernvideos der Schülerhilfe. In diesem Video geht es um das Thema Satzreihe, Satzgefüge. Um den Unterschied zwischen diesen beiden zu kennen, erkläre ich dir nun zunächst einmal den Unterschied zwischen einem Hauptsatz und einem Nebensatz. Ein Hauptsatz zeichnet sich dadurch aus, dass er alleine stehen kann. Genau wie ein einfacher Satz. Ein Hauptsatz kann eine Aufforderung, ein Ausruf, eine Aussage oder eine Frage sein. Beim Hauptsatz gibt es immer ein Subjekt und ein Prädikat. Der Hauptsatz kann auch ein Objekt enthalten, muss er aber nicht. Dabei steht die finite Verbform, also die angepasste Verbform, die konjugierte Verbform, an zweiter Stelle. Dafür habe ich dir einen Beispielsatz mitgebracht. Lena spielt mit Tim. Lena ist das Subjekt, spielt das Prädikat und mit Tim das Objekt. Wie du siehst, ist das Spiel die finite Verbform und steht an zweiter Stelle. Das Ganze ist ein Hauptsatz. Ich erkläre dir jetzt, was ein Nebensatz ist. Ein Nebensatz kann im Gegensatz zum Hauptsatz nicht alleine stehen, denn er ergänzt immer die Aussage des Hauptsatzes. Hier abgekürzt mit HS. Der Nebensatz ist immer einem Hauptsatz untergeordnet. Und das Ganze passiert dadurch, dass er durch eine unterordnete Konjunktion eingeleitet wird oder durch ein Relativpronomen angeschlossen wird. Du solltest auch beachten, dass der Nebensatz immer durch ein Komma vom Hauptsatz abgetrennt ist. Die finite Verbform steht beim Nebensatz immer am Ende und nicht wie beim Hauptsatz an zweiter Stelle. Hier unten siehst du ein Beispiel für einen Nebensatz. Punkt, Punkt, Punkt signalisiert den Hauptsatz. Dann kommt das Komma und der Nebensatz startet. Weil er ihr bester Freund ist. Der Hauptsatz wäre in diesem Fall, Lena spielt mit Tim. Weil er ihr bester Freund ist, der Nebensatz. Abgetrennt durch das Komma und eingeleitet durch die unterordnende Konjunktion weil. Kommen wir nun zur Satzreihe und zum Satzgefüge. Wir starten mit der Satzreihe. Die Satzreihe ist eine Reihe von Hauptsätzen, die aneinandergereiht werden. Dabei benutzen wir nebenordnende Konjunktionen. Falls du nicht mehr genau weißt, was nebenordnende und was unterordnende Konjunktionen sind, dann schau doch bitte das entsprechende Video dazu an. Hier siehst du ein Beispiel für eine Satzreihe. Lena liest gerne und Tim mag Filme. Dabei ist Lena liest gerne, der Hauptsatz 1, und Tim mag Filme, der Hauptsatz 2. Das Ganze wird durch die nebenordnende Konjunktion und miteinander verbunden. Die beiden Hauptsätze stehen auf einer Ebene. Drunter siehst du noch mehrere Hauptsätze aneinandergereiht. Komm herein, schließ die Tür und setz dich hin. Dabei wird der Hauptsatz 1 durch ein Komma vom Hauptsatz 2 abgetrennt und zum Schluss wird die nebenordnende Konjunktion und benutzt, um den Hauptsatz 3 abzutrennen. Kommen wir nun zum Satzgefüge. Das Satzgefüge ist ein Hauptsatz, der mit einem oder mehreren Nebensätzen verknüpft wird. Dabei benutzen wir unterordnende Konjunktionen. Als Beispiel Ich weiß, dass Lena gerne mit Tim spielt, weil er ihr bester Freund ist. Ich weiß ist der Hauptsatz. Dieser wird mit dem Komma vom Nebensatz abgetrennt. Ich weiß, dass Lena gerne mit Tim spielt. In diesem Fall gibt es noch einen zweiten Nebensatz. Weil er ihr bester Freund ist. Dieser wird ebenfalls mit dem Komma abgetrennt. Die unterordnenden Konjunktionen sind weil und das Relativpronomen das. Dabei gibt es noch eine Besonderheit zu beachten. Beim Satzgefüge wird die Stellung des Nebensatzes variiert. Er kann vorangestellt sein. Hauptsatz, Nebensatz. Hier siehst du die verschiedenen Ebenen. Der Nebensatz ist untergeordnet zum Hauptsatz. Er kann allerdings auch eingeschoben sein. Dann findet zunächst der Hauptsatz, der Nebensatz und dann wieder der Hauptsatz statt. Oder die dritte Variante ist nachgestellt. Zunächst der Hauptsatz und dann der Nebensatz. Um das Ganze jetzt noch einmal zusammenzufassen. Bei einer Satzreihe werden mehrere Hauptsätze miteinander verknüpft. Das Ganze geschieht durch nebenordnende Konjunktionen. Und beim Satzgefüge wird ein Hauptsatz mit einem oder mit mehreren Nebensätzen verknüpft und das Ganze mit unterordnenden Konjunktionen verbunden. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen und freue mich, dass du zugeschaut hast. Dieses Video wurde präsentiert vom Online-Lerncenter der Schülerhilfe. Viele weitere Videos, tausende Arbeitsblätter und vieles mehr findest du auf olc.schülerhilfe.de